Natürliches Lifting – Gesichtsgymnastik gegen Falten Erschienen bei beautytips.ch von Kerstin Birke Wann haben Sie zum letzten Mal bewusst Grimassen geschnitten? Sie können sich nicht erinnern? Dann wird's Zeit. Denn regelmäßig praktiziert, hilft Gesichtsgymnastik Ihrer Haut und dient als natürliches Lifting. Die Durchblutung wird angekurbelt, Verkrampfungen lösen sich, Schwellungen verschwinden und mit etwas Glück lösen sich erste Fältchen in Wohlgefallen auf. Mehr als 50 Muskeln sorgen für die Beweglichkeit von Gesicht und Nacken. Allein 20 davon sind für Ihr Minenspiel verantwortlich. Allerdings kommen nicht alle Muskeln permanent zum Einsatz, sodass sie im Laufe der Zeit verkümmern. Darum herumliegende Hautareale erschlaffen. Andere Muskeln wiederum sind ständig angespannt, sodass die gewählte Haut nicht mehr in ihre natürliche Lage zurückgleiten kann. Ein gutes Beispiel ist die sogenannte Zornesfalte über den Augenbrauen. Gymnastik gegen den Zahn der Zeit Je älter Frau wird, umso mehr verliert ihre Haut an Spannkraft. Sichtbaren Fältchen rückt sie nun mit verschiedenen, mehr oder weniger schmerzhaften Mitteln zu Leibe. Botox, Nadeln, Fäden oder gar mit dem chirurgischen Messer. Dabei lohnt es sich, zunächst eine bedeutend schonendere Methode zu probieren. Mit einer Runde Gymnastik bringen sie ihre Gesichtsmuskeln kräftig in Schwung. Das kurbelt den Stoffwechsel an. Die Nähr- und Sauerstoffversorgung der Haut verbessert sich, wodurch sie mehr Elastizität und Spannkraft erhält. Darüber hinaus werden die Bildung wichtiger Bausteine wie Elastin und Kollagen sowie die Regenerationsfähigkeit unterstützt. Kleine Fältchen werden sichtbar gemildert. Ihr Tarn sieht gesünder und glatter aus. Nachfolgend stellen wir Ihnen für jede Gesichtspartie einige Übungen vor. Achten Sie beim kontrollierten Grimassenschneiden darauf, dass Ihre Muskulatur in der Ausgangsposition immer locker und entspannt ist. Schöner Hals, straffes Kinn Hals Beißen Sie die Zähne zusammen. Ziehen Sie dabei Ihre Unterlippe kräftig nach unten. Dabei spannt sich der große Halshautmuskel ausgehend vom Mundwinkel über den Hals bis hin zum Brustansatz an. Spannung 10 Sekunden halten, wieder lösen. Kinn Legen Sie eine Faust unter Ihr Kinn. Nun öffnen Sie gegen den Widerstand der Faust Ihren Unterkiefer. Spannung 10 Sekunden halten, dann lockern. Während dieser Übung ziehen sich der Kinnboden sowie der Kiefermuskel zusammen. Hilft prima gegen Hängebäckchen und Doppelkinn. Ebenfalls sehr effektiv, strecken Sie Ihre Zunge so weit wie möglich heraus und ziehen Sie sie wieder herein. Straffe Mundpartie Falten links und rechts um die Mundwinkel herum lassen sich am besten durch Lachen bekämpfen. Dafür ziehen Sie Ihre Mundwinkel weit nach außen, so als würden Sie breit lächeln. Dann wieder zusammenschieben. Kräftiges Wangenaufblasen regt die Durchblutung an und strafft die Wangen. Alternativ können Sie die Luft auch von einer Wange in die andere wandern lassen. Für eine schön geformte Oberlippe ziehen Sie Ihre Lippen breit und pressen sie gleichzeitig fest aufeinander. Dadurch baut sich im Mundringmuskel Spannung auf. 10 Sekunden halten, wieder locker lassen. Glatte Stirn Um erste Fältchen zu reduzieren, legen Sie die Fingerspitzen beider Hände so auf Ihre Stirn, dass sie sich berühren. Nun massieren Sie Ihre Stirn mit kleinen, sanft kreisenden Bewegungen. Sie ärgern sich über Ihre Zornesfalten? Folgende Übung könnte Sie mildern. Legen Sie einen Mittelfinger auf die Nasenwurzel und streichen Sie die Falten mit spürbarem Druck nach oben. Gegen Stirn quer falten, legen Sie jeweils die Finger der rechten und linken Hand quer auf die Stirn. Nun ziehen Sie Ihre Augenbrauen und Augenlider gegen den Widerstand nach oben. Anspannung 10 Sekunden halten, wieder locker lassen. Schöne Augen Gegen Krähenfüße hilft eine Massage mit dem Ringfinger. Zunächst legen Sie die Zeigefinger senkrecht an Ihre Schläfen. Anschließend beschreiben Sie innerhalb der Augenwinkel mit den Ringfingern sanfte Kreise. Beginnen Sie mit kleinen Kreisen. Danach beschreiben Sie größere und beenden die sanfte Massage nach etwa einer Minute mit kleinen Kreisen. Indem Sie Mittel- und Ringfinger unter Ihre Augenbrauen legen, diese drei Sekunden lang nach oben ziehen und wieder loslassen, gönnen Sie Ihren Lidern ein leichtes Lifting. Blinzeln und Augen aufreißen im Wechsel kräftigt die Augenringmuskulatur. Das gibt den Augen mehr Ausdrucksstärke. Rosiger Teint Für mehr Farbe im Gesicht massieren Sie Ihre Kinn- und Wangenpartie mit kreisenden Fingerspitzen. Alternativ können Sie auch eine Zupfmassage probieren. Dazu nehmen Sie kleine Hautfältchen zwischen Daumen und Zeigefinger und zupfen ausgehend vom Kinn über das gesamte Gesicht. Stirn bitte nicht vergessen! Infobox Extra-Tipp Intensives Kaugummi-Kauen trainiert alle Gesichtsmuskeln. Entspannung Wie jede andere Sportart endet auch die Gesichtsgymnastik mit einer kurzen Entspannungsrunde. Dazu reiben Sie Ihre Hände so lange fest aneinander, bis sich Ihre Handflächen schön warm anfühlen. Nun legen Sie die Handflächen auf die Augenpartie. Eine Zeitbeschränkung gibt es nicht. Halten Sie die Hände einfach, solange Sie mögen, dort. Idealerweise üben Sie täglich etwa 5 Minuten lang, wobei Sie jede Übung 5 Mal wiederholen. Dann können Sie sich bereits nach 2 bis 3 Wochen über erste Ergebnisse freuen. Trotz allem möchten wir darauf hinweisen, dass Sie keine Wunder erwarten sollten. Ausgeprägte Zornesfalten oder tiefe Krähenfüße werden auch mit intensivster Gymnastik nicht vollständig verschwinden. Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Texte mit Speakstaff. Speakstaff verbindet Publisher mit Sprechern und sorgt für ausgeglichene Hörer. Eine Win-Win-Win-Situation. Mehr auf speakstaff.com